Mein Name ist Raphael Reek. Wir sind hier in Schwäbisch Gmünd im Krematorium und ich bin hier der Betriebsleiter. Ich bin für den gesamten Ablauf hier im Krematorium verantwortlich. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist Bestatter. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Metier. Ich bin eigentlich gelernter Zimmermann. Ich habe bei ihm dann, obwohl ich das eigentlich nicht wollte, der hat mich immer so ein bisschen dazu gedrängt. Habe bei ihm dann mal ausgeholfen. Und dann bin ich irgendwann mal hier im Krematorium gelandet und habe dann gemerkt, dass mir das eigentlich relativ viel Spaß macht. Ich finde den Beruf schon wertvoll, wenn wir hier alle, die hier arbeiten, die die Verstorbene auf ihrem letzten Weg quasi begleiten. Der Ablauf ist bei uns hier so. Der Bestatter bringt die Sorge hier uns ins Krematorium. Wir nehmen die entgegen mit alle erforderlichen Papiere. So und dann stehen die Sorge dann hier im Kühlraum. Es gibt eine erste amtsärztliche Untersuchung, die macht ein Arzt dieser Totenschein, den der Arzt ausfüllt. Bei der ersten Untersuchung, der wird überprüft, ob das alles seine Richtigkeit hat. Dann wird der Verstorbene sich angeschaut, ob da irgendwelche Auffälligkeiten noch sind. Und wenn dann halt irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann wird der Verstorbene angehalten. Und dann kommt die Kriminalpolizei ins Haus und die verfolgen das dann weiter, was nicht richtig sein könnte. Am nächsten Tag, dann werden die eingeäschert. Da kommen wir dann durch die Türe hier raus. Da sind wir dann im Ofenraum. Eine Einäscherung, da reden wir hier, im Durchschnitt sind wir so bei einer Stunde, 15 Minuten, bis die eigentliche Einäscherung abgeschlossen ist. Die Kleidung, die die Verstorbene anhaben, die behält der Verstorbene an. Der Schmuck wird üblicherweise vorher vom Bestatter weggemacht, wird die Angehörigen übergeben. Wenn das der Wunsch ist von Angehörigen, dass der Schmuck dranbleibt, dann bleibt er dran. Und das landet dann nachher in der Ordnung. Natürlich ist uns klar, dass überall ein Mensch drin liegt. Aber wenn der Sarg halt so ist, ist das eigentlich, also manchmal ist es einfach ein bisschen weiter weg. Manchmal haben sie jüngere Menschen oder auch Kinder. Da denken sie natürlich schon gewaltig drüber nach. Ja, das ist klar. Aber dass wir uns, dass wir hier jetzt jeden Tag mit einer Trauermine durch das Krematorium laufen, das ist jetzt sicherlich nicht so. Man darf bei der Einäscherung die Angehörigen ganz sicher dabei sein. Wir empfehlen das. Die Erfahrung haben wir schon gemacht, dass es jedem eigentlich gut tut, wenn er bei seinem Angehörigen bis zuletzt dabei ist. Also sie gehen hier aus dem Krematorium anders raus, als sie reinkommen sind. Das ist bei allen, die das hier wahrnehmen, ist das definitiv so. So. Das, was man hier jetzt sieht oben, die Metallteile, das sind die Griffe vom Sarg. Das weiße, das sind die übrig gebliebenen Gebeine. Der Schamottstein ist die Nummer, die der Verstorbene bei uns hier kriegt, dass es sichergestellt ist, dass nichts vertauscht wird. Es werden jetzt aus dem Aschekasten die Metallteile aussortiert. So, jetzt kommt der Aschekasten in die Mühle und jetzt wird dann gemahlen. So, und die wird jetzt mit dem Verschlussdeckel verplummt. Jetzt kommt noch der anderen Kleber drauf. Da sehen wir die Nummer, die auf dem Stein drauf ist. Der Name und das Geburtsdatum, das Sterbedatum und das Datum von der Kremierung. Eine gute Vorbereitung auf den Tod ist eigentlich, würde ich sagen, dass man sein Leben so gut wie möglich lebt. Und dann ist das Vorbereitung auf den Tod genug.